sehr gerne jetzt ab für weg mit denen ein für ein mit icon pack was machen wir freunde roulette roulette leute lassen like dafür icon roulette rip lastern alle holz in den chat yes ich hab gar nichts gemacht gar nichts f in den chat für ikone holzi aber dafür like da lassen für icon roulette okay sie hat gedrückt so angst so blind so zu drücken guck mal guck mal weg scheint kein duplikat zu sein freunde sonst wäre es ja nicht in verein gegangen was schönes offensives brasilianisches sohn so ein hullet oder sedan wenn natürlich auch eigentlich frankreich holland oder brasilien die drei die werden wir auch als letztes machen schreibt die länder die ihr sehen wollt leute top 9 am schluss es kommt torhüter mit ansagen nein das fände ich auch so schutz nicht so ekelhaft fände ich schmutzig alter wales habe einige male wales gelesen ich muss nur wales finden dann drücke ich es gibt sie auch was bei wales gibt es was bei wales nein gibt es nicht erstmal muss hier kraft hier in erledigt werden meine freunde es gibt doch safe keine andere außer schuka gut 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 jaschin ach der torwart mit mütze oh nee der ist zwar ein styler aber ich will den nicht gucken wir direkt ob es haji ist haji 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 bin haji hatte ich heute im draft will ich definitiv hier nicht in meinem sport haben gucken wir mal ob es drogbar ist kein drogbar türkir gibt es nicht der beweis ok will ich auch nicht digga will ich auch nicht ungarn könnte auch sein bis jetzt sieht es gut aus bis jetzt sieht es gut aus freunde ja ich will ja nicht fronten aber wer soll das denn aus kosovo sein japan okay wir müssen japan abchecken haji wenn das jetzt nakata ist freunde wenn das jetzt nakata ist ich habe noch kein nakata gezogen junge das ist das ist nice mein gott das läuft gut schweden nein das kann eigentlich kein schwede sein oder obwohl ist mein ist mein lasso ein baby oder mit ich weiß es nicht bitte kein schweden bitte kein schweden warte schottland wenn jetzt holzt sie zurückkommt wenn jetzt holzt sie zurückkommt oh mein gott jetzt wird es langsam tricky nice das war prank ich habe angetäuscht tschechien das ist doch tschech ne peter tschech aber nicht bei mir das ding ist aber trotzdem selbst wenn es top 9 ist kann es trotzdem schmutz sein nix kamerun und es gibt so viele kohle ist es ein schmeichel ne bitte kein tor wird kein tor hat ja ja let's go das wäre das wäre doch dieser best wo ich gestern gesagt habe sehr gut was habe ich gesagt ne digga republik irland oder so heißt es okay und wir gehen top 9 begin top 9 das geht schon zu lange jetzt hier leute 2300 zuschauer wirklich küsse gehen raus ghana hatten wir noch nicht okay wir haben als letztes checken wir noch ghana ab nein das ist top 9 freund ich rieche das ich rieche das wortwörtlich das ist top 9 leute mein gott oh mein gott als erstes italien da will ich nix england sind auch so schmutzig das recht malte ja wenn das jetzt so lamp hat ist oder so hilfe nein 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 ja ich weiß gar nicht spanien wer ist in spanien torres budra genio guardiola puyol da gibt es schon einige da gibt es schon einige aber wer auch belastend wer auch belastend schwein ich glaube es ist spanien portugal für den brie für den brie sein landskollegen da oder wie das heißt ja wenn es jetzt nicht top 9 ist es einfach so ein ranz land ist also nichts gegen das land aber so ein land was ich vergessen habe kein portugal ich hab nichts gehabt gegen so ein eisen portugiesen also haben wir haben wir haben wir machen jetzt deutschland ok germany es ist kein aus allem anja so wenn ich jetzt nicht ich mache jetzt argentinien weil ich habe gesagt ich will brasilien frankreich oder niederlande ok ok dann macht brasilien die gar das ist das kann ich sein ich hoffe wirklich ich hoffe so sehr dass das die da dabei sind und es ist nicht irgendwie so ein jemand schreibt jemand schreibt finnland jemand schreibt dann hat die person so dicke auge gemacht mexiko schreibt noch ein eilfe man warum macht ihr jetzt ja es sind die top 3 sogar freunde für meine persönlichen top 3 weiß was wir jetzt machen wir gehen jetzt wir gehen jetzt brasilien nein und gehen da auf verteidiger ich habe schon roberto carlos das ist ein anderer roberto carlos ich meine der ist besser als mein anderer roberto carlos es ist doch ein witz man roberto carlos mit glatt und er sieht einfach aus wie larsson er ist einfach auch holzzy 2.0 super geil super geil was ist das für eine scheiße